Seit 2014 gefällt mir natürlich am besten der Innenstadt Umbau und was sich jetzt daraus entwickelt hat. Wenn man den neuen Königsplatz sieht, wenn man die spielenden Kinder auf dem Theodor-Heuss-Platz sieht, wenn man die Geschäftigkeit in der Fußgängerzone oder die Kaffeetrinken-Besuche in der Maximilianstraße gibt, zeigt eigentlich, dass Augsburg jetzt ihr südländisches Flair zeigt und das ist für uns die beste Bestätigung, dass diese Umbaumaßnahmen der richtige Weg waren, um die Stadt Augsburg zukunftsfähig auszugestalten.